hallo du hallo leute und herzlich willkommen auf meinem kanal lasst mir doch ein abo da falls ihr es noch nicht getan habt werbung für eigending ich wollte heute mir den dead by daylight trailer mit silent hill angucken ich bin so gespannt ich musste mich erst fertig machen für die cam bevor ich mir das video angucken konnte deswegen ja ja ich wollte euch einfach mal mitnehmen und dann könnt ihr ja mal eure eigene meinung drunter schreiben wie ihr das so findet ich hätte ja nicht gedacht dass es dieser killer wird weil ich dachte sie wollen nichts mehr bezahlen und nehmen dann so nur neben killer den sie dann selber damit sie sich nicht mit irgendwelchen leuten auseinandersetzen müssen ich dachte ich sie nehmen einfach irgendeinen killer so sie nehmen zum beispiel eine kleine puppe aber nicht die kleine puppe die man kennt damit sie einfach nur neben nichts dafür zahlen müssen aber nein sie haben sich für silent hill entschieden was ich ziemlich cool finde und ich gucke jetzt mit euch den trailer mal sehen ich mache es erstmal groß ja ich habe noch nach der haare aber das ist stört ja nicht ich muss es jetzt gucken und nicht erst wenn die haare trocken sind so mal sehen guck mal nur ein paar sekunden kennt ihr silent hill ich schon ich finde den so toll den film könnten alle killer davon reinholen ist das diese drei wahren von dem film ich liebe ihn ich finde ihn so geil ich freue mich so sehr ich finde ihn so toll meinetwegen könnten sie wirklich einfach noch alle anderen also die nurses von den silent hill finde ich zum beispiel auch richtig geil die die sich erst bewegen wenn sie was hören das ist alles wie ist eure meinung habt ihr euch den schon mal angeguckt ich werde mir gleich noch mal bei grenz angucken wie er gespielt wird und denn ja mal sehen vielleicht spielen wir es auch selber mal schreibt einfach drunter wenn ob ihr das sehen wollt oder ja einfach mal eure meinung schönen vielen dank fürs zugucken lasst mir bitte ein like da wenn es euch gefallen hat und ja ist eigentlich nur so ein ganz kurzes video also ein like hilft auf jeden fall macht mir einfach ein like drunter das dauert nicht lange bis dann bis dann bis dann und wir sehen uns Tschüss, tschüss. Pa, 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 pa.